Das ist ja gerade schon wieder komplex würde ich sagen, komplex. Also hier sind aber noch ein paar Magier drin. Die Frage ist, kommt die irgendwann raus oder eher nicht so? Oh nö. Ich glaube ich komme gerade das Mikrofon. Egal. Sieht nicht was hat aus? Das war ein Bruder, Rachel. Oh oh. Okay, also die haben wir jetzt aufs hingedreht. So, da ist ein Schalter. Da sind so kleine Wege. Wo ist denn die denn hin? Achso, wow. Ins Gleiche. Gut, das heißt... Ah, okay. Nein. Oh, schießt euch gegen diese Schakeleiche hier. Oh. Er kommt her. Das war dumm, das war richtig dumm. Oh. Oh, Mann. Dieses Standy rein teleportieren hier. Wow, der vordere braucht jetzt den Magier. War das logisch? Klar war das logisch. Denn alles andere wäre fair gewesen. Ach Gott, ey. Wo ist denn dieser kacken Magier? Ja. Ach nee. Du auch? Ja. Ja. Also alle. Ja. 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 Da ist ein Telefon. Ja. 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 nicht so viel raus so hier gibt es auch sonst nichts mehr dann heißt das ich muss da nach rechts also in die seite hier ist ein schalter ein auto kulte schon wieder er schießt auf sachen die ich nicht sowieso nicht erreiche statt auf die sachen zu erschießen die gefährlich werden gute alte hexen ich wollte eigentlich springen das noch ein schalter gewesen nicht gut so hier ist noch ein schalter ok hier ist noch ein schalter oh 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 nein ja momentchen mal erst mal gucken wenn ich nur den drücke komme ich denn hier von rein ah da komme ich auch von rein what the f... what the fuck woops 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 ot woops 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 ko woops woops wir sind aber auch nicht allein aber da war doch ein mond mann also langsam ist es nur den in die halt stopp langweilig ja 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 Das ist doch nicht mehr normal. Mach auf, als du willst. Mach auf, als du willst. Das ist doch ein Mond. Was will dieser Map von dir? Das ist doch ein Mond. 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 Das passt oder wie? Ah. Ich habe jetzt mal die Bodi. Achso. Bin aber jetzt voll. Ah, ich habe eine neue Waffe. Habe ich jetzt alle Waffen? Scheiße, oder? Also die Eins habe ich sowieso, die Zwei habe ich, die Drei habe ich und die Vier habe ich. So schön. Da habe ich jetzt alle Waffen. Na gut. Ich bin jetzt wieder raus, oder was jetzt? Ah, jetzt bin ich jetzt wieder raus. Jetzt bin ich wieder in der ersten Hut. Ah, Manni. Ich würde gerne mal gucken, am Anfang hier. Was war denn da? Was war denn da? Also hier ist wirklich nur Falle. Ja. Gut, da muss ich das auf jeden Fall nicht. Na gut, dann gehen wir jetzt nochmal in die zweite Map. Wo war das überhaupt? Was ist das hier? Muss ja. Ja. Ah, das ist hier eigentlich auch so. Oder was jetzt? Hier? Äh. Was? Hä? Ah, man kann eben von einer Seite durch. Loll. Auch ein bisschen witzig. Gut, die Frage ist... Oh Gott. Die Frage ist, wie muss ich jetzt noch anfangen mit der nächsten? Wie lange geht die Aufnahme? Die müsste eigentlich schon eine Dreiviertelstunde gehen. Oder? Ja. Gut, dann würde ich mal sagen. Okay, warten wir uns vor eine extra kurze Map. Aber ich habe für heute echt genug Hexen. Keine Ahnung, wie wieder langsam was ich volle ich erste Schule hatte. Aber meine Nerven sind gerade umfindig gerade für Hexen geeignet. Also die vier Maps, die waren gerade absolute Katastrophe. Erstens die Vögel, die die ganze Zeit nach... Also eigentlich alles, was die ganze Zeit immer wieder nachgespawnt ist. Dann die ganze Zeit diese komischen Viecher, die diese Schilder haben. Versuch ich immer so lange gebraucht habe, dass wenn ich mit denen fertig war, neue gespawnt sind. Und die Maps sowieso in sich geschlossen mit diesen alten Eisfiechern. Ne, ich mache es einfach fein. Ich brauche Ruhe. Definitiv Ruhe. Okay, das heißt Hexen sind wir jetzt Level 33 bei der nächsten Folge. Und dann würde ich mal sagen, sieh für uns... Also wieder morgen... Für zu Creatives... Also meint jetzt Creatives-Therber zurück. Oder für die, die nur Hexen schauen, also Doom Let's Plays, dann nächste Woche wieder. Sobald vor uns.